schönen guten morgen also kurze zusammenfassung von heute bewegungsmuster hinge innere muskelkette wir wollen unsere hüfte rotieren lassen um unseren rücken zu entlasten bewegungsmuster squat äußere kette wir wollen ganz bewusst unsere hüfte locken damit möglichst viel power generieren können zum beispiel wie beim springen find stress use prinzip ich muss einmal meine schwachstelle erkennen was wir bei uns über assessments machen ich muss sie bearbeiten ich muss beginnen sie zu spüren da muss ich sie massiv stressen und da muss ich sie beginnen in einem in einem art und weise von training auch zu verwenden so dass quasi mein körper auch lernt das in komplizierteren technisch aufwendigeren übungen auch zu verwenden das war's für heute wie geht es weiter nächste folgen gehen um die wichtigsten muskeln wie wir sie finden wie man sie nicht findet wie man aus seinem alten bewegungsmuster rauskommt spannung versus rotation dann wenn man einen auch einen wunderbaren gast am podcast haben den max den ich jetzt sechs wochen lang mit seinem rücken betreuen durfte wo es ganz viel um genau diese sachen geht über die ich heute gesprochen habe ich freue mich auf fragen feedback kritische kritische sachen diskurs ist immer gut let's go